Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie in der Home-App von Apple eine Kamera hinzufügen können und entsprechend HomeKit Secure Video aktivieren können, damit die Aufnahmen in der Apple iCloud gespeichert werden. Als allererstes müssen wir sicherstellen, dass Sie die neueste Firmware auf Ihrer Kamera installiert haben. Das können wir tun, indem wir hier in der Kamera-Weboberfläche, also in Ihrem Webbrowser, auf System gehen, dort auf Firmware-Update und dort schauen Sie, dass Sie mindestens die Version 1.4 haben mit der Revision 5.3.9. Diese haben wir am 23. Mai 2023 online gestellt und sie ist verfügbar für alle 2K Plus Kameras. Laden Sie sich dieses Update herunter, installieren Sie es auf Ihrer Kamera, um entsprechend HomeKit Secure Video nutzen zu können. Dann gehen Sie in der Web-Ohrfläche auf den Menüpunkt Smart Home und hier auf den Unterpunkt HomeKit. Sofern das HomeKit noch nicht aktiviert ist, aktivieren Sie es hier, sollten Sie HomeKit zuvor schon verwendet haben, dann machen Sie am besten hier ein Reset der ID. Löschen Sie in der Home-App die Kamera einmal raus, denn sofern Sie die Kamera nicht rauslöschen aus der Home-App, weiß Apple quasi nicht, dass die Kamera jetzt HomeKit Secure Video auch unterstützt. Das heißt, wir müssen quasi die Kamera in HomeKit einmal neu hinzufügen. Ich empfehle daher einfach ein Reset der ID zu machen, die Kamera in der Home-App zu löschen und dann einmal quasi von vorne hinzuzufügen. Sofern Sie die Kamera über das iPhone hinzufügen, wird dann automatisch das Ganze ja sowieso synchronisiert mit allen anderen Geräten von Apple, sodass Sie das unter macOS, Apple TV etc. dann auch überall angezeigt bekommen. Somit ist die neue Einrichtung auch nicht sonderlich aufwendig. Also wir machen jetzt hier zum Beispiel einfach mal ein Reset der ID, wir tun hier einmal zurücksetzen, jetzt wird eine neue generiert, wir gehen auf übernehmen und anschließend wechseln wir jetzt dann zum iPhone, um die Kamera hinzuzufügen. Auf Ihrem iPhone öffnen Sie jetzt einmal oben die Home-App, also in meinem Fall ist sie oben, müssen Sie schauen, wo sie bei Ihnen ist. Das ist hier dieses Symbol mit dem Haus, das ist die Apple eigene App für HomeKit und wenn Sie hier noch kein Zuhause hinzugefügt haben, müssen Sie zuerst ein neues Zuhause erstellen. Sie können auch mehrere Zuhause erstellen, also sagen wir, ein Zuhause ist quasi immer ein Ort, das kann ein Büro sein, das kann aber halt auch Ihr eigenes Zuhause sein oder kann auch ein Zuhause sein, irgendwo im Ausland. Wichtig ist hier die Info, wenn Sie über das Internet zugreifen möchten oder auch wenn Sie Apple HomeKit Secure Video verwenden möchten, dann brauchen Sie eine Bridge von Apple, eine Bridge, quasi eine Brücke. Das kann sein, ein HomePod, ein HomePod Mini oder ein Apple TV. Früher war es auch möglich, dass man ein iPad verwendet hat als Bridge. Das wird aber in Zukunft nicht mehr möglich sein, soweit uns bekannt ist, da Apple die Struktur von HomeKit entsprechend abändert. So, um jetzt die Kamera hinzuzufügen in unserem Zuhause, gehen wir hier oben auf das Pluszeichen, wählen Gerät hinzufügen und dann öffnet sich die Kamera des iPhones und die halten wir quasi dann auf den Bildschirm drauf, wo wir vorher die Web-Oberfläche der Kamera geöffnet haben und dieses Menü Smart Home und HomeKit, um dann den QR-Code abzuscannen. Jetzt haben wir hier quasi dann nach dem Einscannen des QR-Codes, haben wir die Kamera, wird das als solche schon erkannt. Wir gehen jetzt auf zu Apple HomeKit hinzufügen. Jetzt kriegen wir hier die Info, dass das Gerät noch nicht zertifiziert ist. Diese Info können Sie aktuell ignorieren. Bedeutet einfach, wir haben die Kamera noch nicht zu Apple gesendet, um sie dort offiziell zertifizieren zu lassen. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir noch zwei, drei Sachen integrieren möchten. Unter anderem zum Beispiel die Zwei-Wege-Audio-Funktion. Das heißt, dass man, wenn man eine Kamera hat mit Mikrofon und Lautsprecher, dass man dann auch an den Lautsprecher der Kamera was senden kann. Momentan würde einfach nur das Audio der Kamera selbst aufgenommen werden, was auch das Wichtigste ist. Das heißt, wir können hören, was bei der Kamera passiert, können aber halt kein Audio dorthin senden über die HomeMap. Das heißt, das soll noch kommen. Und ansonsten der Support für die Apple Watch. Da geht momentan nur das Bild, was angezeigt wird. Das Live-Video ist auf der Apple Watch aktuell noch nicht möglich. Hat einfach den Hintergrund, dass die Apple Watch sehr eingeschränkt ist in den Funktionen. Und benötigt ein Bildformat von 4 zu 3. Die Kamera selbst hat aber 16 zu 9 Bildformat. Müssen wir noch schauen, ob wir das Ganze entsprechend umwandeln können auf der Kamera, um es dann an die Apple Watch zu senden. Müssen wir noch testen. Und wenn, dann kommt es dann in einem der zukünftigen Updates. Und sofern alles dann durch ist, werden wir dann auch die Kamera offiziell zu Apple senden, um sie zertifizieren zu lassen. Und dann sollte in Zukunft auch diese Meldung nicht mehr erscheinen. Es hat aber momentan, es gibt keinerlei Einschränkungen, trotz dass jetzt diese Meldung, müssen sie einfach nur einmal bestätigen, dass es die Kamera trotzdem hinzufügen möchten. Das machen wir jetzt einmal. Und jetzt wird sich quasi dann, tut die App sich mit HomeKit verbinden. Das kann je nach Netzwerk etwas länger dauern. In unserem Fall verwenden wir WLAN bei der Kamera. Das heißt, da dauert es einen kleinen Moment länger. Und bei LAN vielleicht ein bisschen schneller. So, jetzt müssen wir den Ort der Kamera auswählen. Das heißt, in unserem Fall sagen wir Büro. Sie sehen hier unten den Punkt Identifizieren. Sollten Sie jetzt, sagen wir mal, zehn Kameras nebeneinander liegen haben, dann können Sie auf Identifizieren gehen. Und die Status-LEDs der Kameras würden dann, also die blaue und die rote LED, weil sie sich vorne bei den Kameras befindet, die, je nach Kameramodell, die würde dann anfangen zu blinken. Das heißt, rot, blau, rot, blau, immer abwechselnd für drei Sekunden. Und so können Sie dann feststellen, welche Kamera Sie da gerade einrichten und können die dann auch entsprechend benennen. Wir gehen jetzt einmal auf Weiter. Können der Kamera jetzt einen Namen geben. Hier wird standardmäßig der Name ausgelesen, den Sie der Kamera selbst gegeben haben. Zuvor in der quasi Web-Oberfläche von der Kamera. Und den können Sie hier dann aber auch nochmal individuell anpassen. Wir übernehmen den jetzt einfach einmal so. Gehen auf Weiter. Und haben jetzt hier die Möglichkeit einzustellen, was passieren soll, wenn wir einmal zu Hause sind. Und was passieren soll, wenn wir quasi das Zuhause verlassen und unterwegs sind. Und wenn wir zu Hause sind, ich klicke jetzt hier einmal drauf, dann öffnet sich das quasi. Können wir, haben wir vier Einstellmöglichkeiten von Apple. Das ist von Apple alles vorgegeben. Also sollten Sie jetzt hier individuelle Wünsche haben, kann ich Ihnen schon gleich sagen, das ist einfach nicht möglich. Das ist halt, wir können nur das machen, was Apple ermöglicht. Und genau, das ist hier alles von Apple vorgegeben. Ist nichts, was die Kamera selbst macht. Sondern das ist quasi dann von Apple. Also wir haben hier die Möglichkeit zu sagen, wenn wir zu Hause sind, möchten wir die Kamera ausgeschaltet haben. Das heißt, wir haben dann, die Kamera selbst wird quasi weiter laufen, aber es werden keine Aufnahmen oder irgendwas gemacht. Die ist quasi aus. Und auch über die Home-App kann man nicht das Video, also man kann nicht auf das Video zugreifen von der Kamera. Wir können sagen, Aktivität entdecken. Das heißt, da können wir auch nicht auf das Video zugreifen. Und es wird auch keine Aufnahme gemacht. Sondern die Kamera sagt einfach nur der Home-App, ich habe da was erkannt. Und dann kann jetzt Ihr Smart Home dann entsprechend halt andere Sachen machen. Zum Beispiel die Vorhänge zumachen oder aufmachen oder das Licht ein- ausschalten. Was auch immer. Und Sie würden die Kamera dann letztendlich nur als eine Art Bewegungsmelder verwenden. Ansonsten vorausgewählt ist Stream. Das heißt, Sie können das Videobild der Kamera anschauen in der Home-App und können quasi live darauf zugreifen. Es werden aber keine Aufnahmen gemacht, wenn Sie zu Hause sind. Oder wir, was ich jetzt auswähle, Streamen und Aufnahmen erlauben. Das heißt, sowohl in Ihrem Zuhause können wir sowohl jetzt, wenn wir zu Hause sind, das Live-Video anschauen, aber auch Aufnahmen werden gemacht, wenn wir das in der Kamera entsprechend eingestellt haben. Wichtig hier, gerade nochmal, wenn wir jetzt bei dem Punkt sind, Sie müssen natürlich in der Kamera selbst, also in der Web-Bohr-Fläche der Kamera, die Bewegungserkennung aktiviert haben. Entweder die softwareseitige Bewegungserkennung oder den PER-Sensor oder beides miteinander gekoppelt oder gegebenenfalls noch die Objekterkennung. Also auf jeden Fall muss die Kamera selbst was erkennen, um dann HomeKit oder um dann überhaupt die Aufnahme auszulösen, damit HomeKit Secure Video dann auch die Aufnahme entsprechend abspeichert. So, wenn wir jetzt unterwegs sind, können wir das gleiche hier auch nochmal einstellen. Also wir haben die gleichen vier Möglichkeiten, die zum Einstellen. Wir wählen jetzt hier auch aus Streamen und Aufnahmen erlauben. Und das haben wir jetzt für beides eingestellt, wenn wir zu Hause sind und unterwegs. Und gehen jetzt hier auf Weiter. So, jetzt haben wir hier nochmal die Sensoren oder das, was die Kamera quasi bietet. Einmal haben wir den Bewegungssensor. Da ist jetzt egal, ob Sie in der Kamera softwareseitige Bewegungserkennung oder den PER aktiviert haben oder beides miteinander. Sofern die Kamera sagt, sie hat was erkannt, würde dann hier Bewegungssensor quasi ausgelöst werden. Und dieser Schalter, den wir hier haben, der ist für die Infrarot-LEDs. Das heißt, die könnten Sie ein- und ausschalten. So, wir gehen anschließend auf Weiter und haben jetzt die Kamera hinzugefügt. Im Hintergrund hatten Sie auch schon gesehen, haben wir quasi schon unser Bild gehabt. Das tut sich bei Apple alle zehn Sekunden aktualisieren. Auch hier ist einfach eine Einschränkung von Apple. Diese Zeit können Sie nicht einstellen. Das ist vorgegeben von Apple. Zehn Sekunden ist quasi der kleinste Zeitraum. Ansonsten kann auch manchmal ein paar Sekunden länger dauern. Gerade wenn Sie von unterwegs zugreifen und Ihre Bridge oder das Netzwerk vielleicht langsam ist. oder die Internetverbindung nicht gut ist, dann kann das einen Moment länger dauern. Kann dann auch mal 15 Sekunden dauern oder auch noch ein bisschen länger. Also nach zehn Sekunden wird aber quasi versucht, ein Bild abzufragen bei der Kamera. Und wenn die Verbindung gut ist, sollte das dann auch nach zehn Sekunden quasi passieren. So, wenn Sie jetzt einmal auf das Bild quasi draufklicken, dann öffnet sich jetzt hier quasi das Live-Video. Ich mache hier oben einmal den Ton oben rechts aus. Das heißt, wir haben hier unser Live-Video und können hier oben auf dieses Symbol mit dem Zahnrad klicken. Dort kann man dann auch noch mal die Einstellungen sich anschauen, die wir vorher gemacht haben. Beziehungsweise haben wir hier halt auch noch verschiedene andere Einstellungen. Wir haben einmal den Namen, wo die Kamera quasi in welchem Raum sie ist, können das bearbeiten. Wir können hier oben auch noch mal den Kameranamen bearbeiten, wenn man da draufklickt. Und genau, da hätten wir die Möglichkeit, das zu ändern. Und ansonsten wichtig für Sie eigentlich ist jetzt eher dieser Punkt Aufnahmeeinstellungen. Den sehen wir hier. Hier können wir das noch mal abändern, was wir vorhin eingestellt haben mit dem Streamen und Aufnahme erlauben. Und haben hier auch noch mal diesen Punkt Weitere Optionen. Standardmäßig, da gehe ich jetzt einmal drauf. Standardmäßig ist es so, dass bei Apple, wenn Sie die Kamera jetzt hinzufügen, Personen gefiltert werden, Tiere und Fahrzeuge. Das heißt, wenn die Kamera oder wenn Apple HomeKit solche nicht erkennt im Video, würde dann Apple auch nicht das Ganze als Alarm freigeben. Deswegen stelle ich das jetzt in unserem Fall zum Testen einfach mal hier auf Bewegung entdeckt wird ein. Und damit wir quasi jetzt nicht irgendwie filtern oder das nicht erkennen muss, ob wir uns jetzt vor der Kamera bewegen, sondern jetzt würde es halt auch reichen, wenn ich die Kamera einfach einmal auslöse mit der Hand davor. Und dann würde ich einmal entsprechend vor der Kamera winken. Ich gehe jetzt dann hier einmal zurück. Wir machen hier nochmal unser Live-Video an. Sie sehen jetzt, ich winke einmal vor der Kamera. Dann lösen wir quasi die Kamera einmal aus. Und anschließend fängt jetzt die Kamera an, das hochzuladen. Sie sehen jetzt hier unten, also direkt ohne, dass wir einmal zurück sind oder so, wird hier unten jetzt diese Aufnahme angezeigt. Es ist so, wenn die Kamera einen Alarm erkennt und auslöst, dann ist es von Apple HomeKit so vorgegeben, dass für eine Minute lang wird dann quasi dieses Video, sagen wir mal, hochgeladen oder halt von dieser Bridge an diese Bridge gesendet und entsprechend analysiert von Apple, ob eine Bewegung stattgefunden hat oder ob keine stattgefunden hat, wann die Bewegung stattgefunden hat, ob ein Objekt drin ist, was auch immer. Also alles das, was Sie in Apple HomeKit einstellen können. Und das wird dann entsprechend gefiltert. Das heißt, wenn wir jetzt hier nochmal hier unten drauf gehen, okay, da kam jetzt nicht mehr, so hier unten vorne haben wir unsere Hand und wir spielen das jetzt quasi dann ab, dann sehen wir, wir haben jetzt nur diesen Ausschnitt, wo die Hand da war und anschließend ist das Video auch schon vorbei. Das heißt, Apple schneidet dieses Video quasi schon so zurecht, dass wirklich dann nur das angezeigt wird, was auch sich wirklich verändert hat und alles andere wird vom Video quasi weggeschnitten. So, das heißt, das ist quasi dieses Apple Secure Video. Wie gesagt, dafür brauchen Sie die Bridge, damit das hochgeladen wird. In unserem Fall haben wir jetzt hier ein Apple TV, was das Ganze dann quasi in die iCloud lädt. Und Sie sehen auch, das geht halt auch sehr schnell. Das heißt, sobald man vorne die Hand davor gehalten hat, fängt das Ganze auch schon an zu übertragen und ist dann verfügbar. Wenn wir jetzt hier nochmal in die Einstellungen gehen, haben Sie halt hier noch verschiedenste Einstellungen, zum Beispiel Status und Mitteilungen. Hier können wir halt sagen, dass wir Mitteilungen erhalten möchten, wenn sich da jemand bewegt vor der Kamera. Das ist ja dann auch hier jedes Mal noch beschrieben von Apple, was das Ganze macht. Das heißt, wir können das hier aktivieren, können sagen, wenn eine Bewegung entdeckt wird oder nur bestimmte Bewegungen, also nur Personen, Tiere oder Fahrer, Fahrzeuge, dass wir eine Info bekommen möchten. Standardmäßig ist das hier deaktiviert. Sie können das aber halt aktivieren. Und es gibt ansonsten auch noch von Apple selbst eine Gesichtserkennung, die man aktivieren kann. Beziehungsweise können Sie auch hier nochmal Aktivitätszonen festlegen. Also standardmäßig ist ja so, Sie würden erstmal in der Kamera selbst diese Bewegungserkennung aktivieren, von der Kamera. und die sagt dann einfach HomeKit Secure Video, da ist was. Wenn Sie das jetzt aber dann nochmal von HomeKit Secure Video filtern lassen möchten, quasi und nur auf einen bestimmten Bereich begrenzen wollen, dann hätten Sie jetzt hier die Möglichkeit, diese Aktivitätszone quasi einzuzeichnen in HomeKit. Ich würde empfehlen, das erstmal wegzulassen und einfach nur über die Kamera einzustellen, wo die Bewegung überhaupt erkannt werden soll. Dann haben Sie das ja quasi in der Kamera schon voreingestellt und müssen das jetzt nicht unbedingt dann hier einstellen. Statuslicht der Kamera, das bedeutet, das sind diese Status-LEDs, das ist vorgegeben, das heißt, sobald Sie HomeKit in der Kamera aktivieren und die Kamera hinzufügen in HomeKit, ändern wir in der Kamera das Verhalten dieser roten und blauen Status-LEDs. Die blinken jetzt dann so, wie es von HomeKit quasi vorgegeben ist und man hat hier aber auch die Möglichkeit, diese Status-LEDs zu deaktivieren. Das wäre jetzt dann hier dieser Schalter Statuslicht der Kamera. Ansonsten ganz unten sehen Sie einfach nochmal eine Übersicht von den Informationen, was die Kamera für eine Seriennummer hat, was für ein Modell ist, was für eine Firmware-Version und ob sie zertifiziert ist oder nicht. In unserem Fall, wie gesagt, momentan noch nicht. Und hier könnte man jetzt auch diese Kamera entfernen. Wichtig noch zu sagen wäre, dass aktuell HomeKit selber, oder das zeige ich Ihnen gleich nochmal an der Web-Berfläche, dann begrenze ich das hier jetzt nochmal auf die Info, dass wenn Sie jetzt die Kamera hier hinzugefügt haben, Sie können die Kamera quasi nur mit einem Apple-Account verlinken und können dann in der Home-App quasi Freigaben machen für Ihr Zuhause. Das würden Sie machen, indem Sie, wir gehen hier nochmal zurück, und dann hätten Sie hier oben die Möglichkeit, wenn Sie auf Einstellungen für Zuhause gehen, dass Sie dort andere Mitglieder von Ihrer Familie oder wem auch immer quasi hinzufügen können, also andere quasi iCloud- oder Apple-IDs, die dann quasi Zugriff bekommen sollen auf die Kamera. Da kann man dann auch nochmal die Rechte, soweit ich weiß, einschränken. Also da hätten Sie die Möglichkeit, das Ganze hier dann einzustellen oder halt auch die Ansicht zu bearbeiten, wenn Sie jetzt viele Kameras haben, ob das gerastert werden soll. Ich zeige Ihnen einfach ein Beispiel. Wir gehen jetzt hier mal auf Zuhause. Hier sehen Sie jetzt, hier sind mehrere Kameras hinzugefügt. Die werden dann automatisch entsprechend angeordnet in so einer Liste. Man kann das aber scheinbar dann auch nochmal ändern. Ansonsten wird das automatisch synchronisiert mit Ihrem Apple-Account. Das heißt, diese Kamera, die wir jetzt hier hinzugefügt haben, sollte automatisch jetzt auf allen Ihren Apple-Geräten verfügbar sein in der Home-App. Das heißt, auf dem iPad, auf Apple TV etc. haben Sie dann überall die Kamera verfügbar. So, als letztes gehen wir jetzt nochmal zurück in die Web-Oberfläche der Kamera und da zeige ich Ihnen dann nochmal ein, zwei kleine Besonderheiten. So, zurück in der Web-Oberfläche machen wir jetzt hier das Fenster einmal nochmal zu mit HomeKit und dann gehen wir hier auf Multimedia Video. Das mache ich jetzt nur einfach, um Ihnen das zu veranschaulichen. Apple HomeKit ist eingeschränkt auf eine maximale Auflösung mit Full HD. Das heißt, Apple HomeKit selbst in der Spezifizierung kann einfach momentan nicht mehr. Das heißt, die maximale Auflösung ist Full HD und die etwas kleinere Auflösung ist HD. und je nach Gerät wird dann die eine oder andere verwendet. Das heißt, hätten Sie ein iPhone, wird in den meisten Fällen, kommt auch wieder aufs iPhone drauf an, die HD-Auflösung verwendet. Das entscheidet aber quasi Apple selbst und beim iPad oder auch bei Apple TV wird in der Regel die Full HD-Auflösung verwendet. Und genau, wichtig hier ist noch zu erwähnen oder warum ich es jetzt überhaupt geöffnet habe, dass Apple unterstützt aktuell bei Kameras nur H.264-Komprimierung. Das heißt, die neuere H.265-Komprimierung ist aktuell noch nicht oder wird aktuell noch nicht unterstützt. Wir hoffen natürlich, das ändert sich in Zukunft, ist aber momentan halt noch nicht der Fall. Und dementsprechend, wenn wir jetzt hier auf 1080p klicken, sehen Sie, dass die Videokomprimierung hier von uns voreingestellt ist auf H.264 mit Base Profile und hier unter 720p ebenfalls auf H.264 voreingestellt ist, das ist halt einfach dem geschuldet. Wenn Sie HomeKit verwenden, muss das auf H.264 stehen bei diesen zwei Videostreams. Und genau, also verändern Sie das hier nicht beziehungsweise werden Sie auch schon darauf hingewiesen, wenn wir das jetzt hier zum Beispiel auf H.265 ändern möchten und gehen auf übernehmen, kriegen wir jetzt hier die Mitteilung, dass es quasi benötigt wird für HomeKit oder zum Beispiel auch für Alexa, also Amazon Alexa oder Google Home, die halt auch nur zu H.264 unterstützen. Das heißt, hier gehen wir jetzt, dann müssten Sie das nochmal separat bestätigen, dass Sie das wirklich umstellen möchten, trotz dass Sie das HomeKit quasi verwenden und wir gehen jetzt hier einfach einmal auf Abbrechen. Eine weitere Besonderheit oder Einschränkung kann man eher sagen bei HomeKit ist, HomeKit kommt nicht mit kleinen Frameraten klar beziehungsweise ist theoretisch eigentlich schon vorgegeben von Apple, dass die Framerate mindestens 15 Frames pro Sekunde sein muss. Wir wollen das jetzt aber hier natürlich nicht in der Kamera selbst alles einschränken und kleinere oder nur noch bis 15 erlauben. Dementsprechend erwähnen wir es nur. Das heißt, die Framerate sollten Sie nicht kleiner 15 einstellen und auch der Keyframe sollte nicht kleiner 20 eingestellt werden. Wenn ich jetzt einfach mal hier 10 auswähle und dann sehen Sie hier oben aber auch schon diese Mitteilung, die wir einblenden mit diesen Infos, dass die Framerate mindestens 15 sein muss, 15 Frames pro Sekunde, der Keyframe-Intervall mindestens 20 und die Einstellung quasi bei den Streams entsprechend, ja, also wir informieren halt auf das, was man achten muss bei HomeKit beziehungsweise wo es da halt die Einschränkungen gibt. Das sind wie gesagt keine Einschränkungen, die wir festgelegt haben, sondern das ist eine Einschränkung, die es von Apple gibt. Wir wollen aber natürlich halt die Kamera weiterhin so offen lassen wie möglich, so dass Sie alles Mögliche an Einstellungen halt auch vornehmen können und dementsprechend geben wir Ihnen nur den Hinweis, den Sie einfach beachten müssen. Wenn Sie die Framerate zu gering einstellen, dann ist das Resultat meistens, dass die Aufnahmen einfach nicht mehr bei HomeKit Secure Video verarbeitet werden können. Das Live-Video werden Sie weiterhin sehen, das bleibt unbeeinflusst davon, aber die Aufnahmen würden quasi nicht mehr von HomeKit Secure Video richtig bearbeitet werden können. Das heißt, dieses, was Sie vorher gesehen haben, dass dann vorne und hinten abgeschnitten wird und nur noch der relevante Teil angezeigt wird, damit kommt Apple dann nicht mehr klar bei kleinen Frameraten und dementsprechend würde es dann nicht mehr funktionieren. Also da nur darauf achten, dass Sie das so lassen. Ich würde hier die Standardeinstellungen empfehlen, die wir schon vorgegeben haben. Und dann sollte das auch alles entsprechend funktionieren. Ansonsten freuen wir uns gerne über irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder wenn Sie irgendwas kennen von anderen Kameras, also anderer Hersteller, was Sie jetzt irgendwie bei uns vermissen. Lassen Sie es uns gerne wissen. Schreiben Sie uns bei YouTube unten in die Kommentare rein oder schicken Sie uns eine kurze E-Mail an support.insta.com. Wir freuen uns über jegliche Infos, um die Kamera stetig zu verbessern. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit HomeKit Secure Video bzw. mit HomeKit und Ihrer Kamera im Allgemeinen. Viel Spaß und einen schönen Tag.